oh die scheiß kai choa hat mich die habe ich übersehen kai choa hängt in kapkans und richtet ihr haupt aufmerk auf mich die dinge ist auch leer zeichnet genau er schiebt mich hier machen alle kai choa ist entwaffnet erster bin ich gesehen in sinneta fahrzeug kai choa auf ketten cycling komisch mit ketten das erste war ein redscher ganz komisch glauben wir für uns vergeben schneller oder schwerer kann ich nicht beurte aber ganz merkwürdig das denken okay dann immer so oder so voll drauf allein wegen des cycling sind so weiter god yes in my sock socken in my gottjes ja genau da habe ich auch dran gedacht das musst du mal eine holle frage und es sind socken socken oder ist etwas ganz anderes soll wirklich wieder für die anzugreifen oder wollt ihr ins kai choa also angriff ich schnappe mir den letzten schnappe mir den letzten dann auch hinten hier in der höchsten in sie ist schon was geplatzt 2000 schaden bilden erzeichnen in meinem redscher hier die habe ich übersehen das wird kai choa hängt in kapkanzen und richtet ihr haupt aufmerkauf ich habe keine mehr Der Plan von denen ist auf langen über Gleisen uns zu checken. Wer chill findet noch im Cap bei uns? Ich. Ich war mich gerade noch am Orientieren. Wie hoch auf Wii zu crazy ist, ist ein Geizschuh. Ich geh in der Wirtschaft, wenn ich alles für Schaden mache. Die Dienste auch leer. Zeigelt genau. Der schiebt mich hier. Ich mach den Alder so weg. Nein, ich will den Wach mit. Okay. Den Zeller hat auch noch Waffen, der Vortex. Also der hat keine mehr, der Socken in my guard hier. Nur den Zellerweiter hat auch noch Waffen, wenn ich mich nicht verfehlt hab. Aber auch nicht mehr. Ich muss mich auch schon fahren. Ich muss doch mal da arbeiten. Aber ich habe gedacht. Tschüss. Jo. 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 Jo.